Das wird hart. Wir werden jetzt nur Hunter Pets töten. Ich glaube, wir haben eine starke Premium mit dem Gegenteam. Hat's ein Prime, hau ihn rein. So sieht's aus, Biotech. Und vielen Dank für den Support, Leute. Und die haben keine Heulen. Alcuras hat auch ein Prime, haut ihn rein. Danke auch für deinen Primes, ab natürlich. Ein Wunderschön. Oder vier war gut. So auf deine Videos gesehen, wurde mal Zeit. Vielen Dank fürs Videos schauen und für den Prime. Ein Wunderschön. Danke, danke. Ich bin leider hier kommt der Backline stuck gerade. Haben wir ein Hunter Pets schon down, ja. So der Hunter hier hat Berserker drauf. Da geht er leider kein Damage rein. Ich glaube, ich stuck mal ein bisschen an den Dingern. Da ist noch ein Hunter Pets. Nein, wie viele Hunter Pets haben sie noch? Können nicht mehr so viele sagen. Bezeit mal für ein Dissam auf dem Retri hier. Bitte Dissam. Jo. Kukinato. Danke auch für die 100 Bits. Ein Wunderschön. Danke, danke auch Darts natürlich. Für den Support. Wir werden auf jeden Fall wieder hart zurückgedrückt. Riet der Spiel aktuell gar nicht mehr. Die Spiele aktuell nur noch SUD. Das ist mein Hauptgame. Zeit. Also ich nehme an, der wird Greyfaird kommen oder andere Seite. Wir gewinnen auf jeden Fall den Fight gerade. Auch wenn sie hat reingedrückt haben, aber ich muss gerade gucken, wo der EFC runterkommt. Unser Blacker ist auch durch. Ich sehe ihn nirgendwo gerade. Wo ist er? Wir müssen mal unser Vergrößerungsglas anmachen. Wo ist denn der? Habe ich den übersehen? Ich habe den übersehen. Der ist schon durch, Leute. Ich habe den komplett übersehen. Der ist aber schon durch gewesen. Dödel. Ich bin ein Dödel. Aber wir können unserem raushelfen noch. Wir müssen hier rein ganz schnell. Also unseren kriegen wir auf jeden Fall auch durch. Der Tank Shaman ist so tanky. Da soll der hinkommen. Ich töte schon noch das Hunter-Pet hier. Aber ich hoffe, der kommt durch. Da sieht gut aus. Ich gehe jetzt schon mal den EFC jagen. Der Hunter ist auch schon dran. Sehr schön. Macht er gut, der Hunter. Ich habe halt voll gefailt. Ich habe den nicht gesehen. Den der EFC. Der Hunter ist hier, oder? Da ist der EFC. Ich ziehe mal eine Fab. Den kann er mich nicht wortzen, nämlich. Ich glaube, der kann nicht mehr auf seine Stands wechseln. Dann sind wir vorbei. Der wird voll im Hunter. Hat er gut gesehen. Unser Shaman ist durch, ne? Wrestling ist scripted, genau. Aber es gibt trotzdem viele Todesfälle im Ring. Und zahlreiche Verletzungen und so. Das glaube ich ja. Und ich habe auch gelesen, dass diese Wrestling-Branche wohl auch richtig brutal sein soll. Also auch was Verträge angeht, Trainings und so. Da hat es wohl keine geile Arbeitsumgebung. Und das ist wohl auch mit ein Grund, wie so viele Wrestler Schauspieler werden. Genau, Backstage-Politik und so. Wir haben tatsächlich wieder gewonnen. Die haben sich wieder böse angefühlt. Und ich habe ein bisschen gefehlt, aber gewonnen haben wir.